Schönen Slime. Slime passt zu uns. Slime passt zu uns. Jo Leute und willkommen zum dritten Part von The Bar. Mit dabei ist wieder mal der Max. Hallo. Wir gehen auf den Server. Jetzt? Okay. Oh ne, jetzt kommt diese Hexe, diese blöde Hexe. Ich hab so Angst. Ich schreib meine Konferenz, du musst schnell zu mir kommen. Du musst richtig schnell zu mir kommen. Ja. Du weißt ja, wo ich bin, ne? Ich hab mich da eingebaut, da ist diese Hexe. Aber fuck, jetzt ein Zombie. Jetzt zwei Zombies. Skelett, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich fände gerade einfach so was von in der Klemme. Ich glaub, ich mach's so. Ich mach mir eine Spitzacke. Jetzt hab ich ge... Nein, ich hab nie einen Körz. Okay. Ich versuch zu dir zu kommen. Ich hab mich da so eingebaut. Okay. Ich mach's so, ich mach's so. Ich glaub, ich hab's. Und ich hab noch diese Dias. Ich hab noch diese Dias. Okay, ich hab noch ne kleine Idee, falls für die nächsten Folgen. Ihr könnt ja in die Kommentare irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Auf jeden Fall war hier eine Hexe. Okay. Ich hab auch schon ein bisschen Gold, gell? Sechs Stück. Ah, ja, da war's. Da ist den Namen. Das bist du. Ah, ich seh den. Okay. Aber wie komm ich denn da hinten? Zombie. Zwei Stück. Ich hol schnell das Eisen mit. Ich weiß doch gar nicht mehr. Ich dachte, ich hätte mich irgendwo anders eingebaut. Okay, ich komm gleich. Okay, bisschen Eisen schnell. Ah ja, hier ist auch noch Gold, ja. Nice. Komm, komm zu mir. Komm gleich schnell. Und dann musst du die Diamanten abbauen noch. Okay. Ähm, zack. Da hinten ist die Hexe, pass auf. Ich hab die da grad lang gehen sehen. Hast du die eingebaut? Oder, nee, sind die Dias hier überhaupt? Lol, die Hexe ist da hinten. Hier, hier sind die Dias. Wo ist die Hexe? Okay, ich hol's ab. Da. Hilfe, Hilfe. Wo? Oh, nein. Nein, nein, ich sterbe. Scheiße. Achtung. Oh, hast du zugebaut? Scheiße. Nein. Kacke. Nein, wir haben's verkackt. Bis zum Halbemherz, oder? Ja. Ja, es geht bis zum Halbemherz. Die war so gut getroffen von der. Die war auch direkt vor dir. Okay, ich hab ein Halbherzen. Hier. Ein Halbherzen. Fuck, okay. Ich brauch ganz dringend. Ich brauch noch hier den Goldapfel ab. Wir müssen unbedingt die, äh, Goldapfel finden. Hier, ich hab dir noch ein Diamant gegeben. Wir müssen irgendwie killen. Ich baue mich. War da noch welche? Ne. Wir müssen jetzt so an der lang bauen. Oh mein Gott. Okay, ich hab's eingebaut, glaub ich. Ja, soll ich's... Sollen wir's versuchen? Nein, dann lass sie da drin schmoren. Oder was, schau kurz rein, ob sie da drin ist. Hä, ist, der ist da gar nicht drin. Wo ist denn die? Wo steht? Da ist die. Achtung, Achtung, Achtung. Hä, wie kommst du da immer hin? Weg ist sie. Wo ist die? Die ist da, zwischen der Lava. Hat sie irgendwie Änderpölz oder so? Keine Ahnung. Hast du Gold? Nee, aber hier war... Hier, komm mal mit. Ich hab hier noch Gold gefunden. Ich brauch aber auch noch mal eine Spitzsäcke oder so. Ja, ja, warte, ich geb dir... Wo ist Gold? Gut. Ein Gold leider noch, verdammt. Okay, haben wir sieben Gold. Wir brauchen noch ein Gold. Grußheit. Okay, aber ich würd mich eigentlich mühsen. Egal. Ich mach jetzt mal den ersten Hanisch schon, okay? Oh, ich kann noch einen zweiten machen. Ich mach auch noch Hanisch. Hier. Ja, okay. Okay. Okay, ähm... Wir müssen auf jeden Fall an die Oberfläche bald. Äh, wegen Äpfeln. Ach ja. Kacke, Mann, das mit der Hexe. Da vorne sind noch Diamanten. Ja, nice. Ja, ich muss hier die Lava schnell wegmachen. Okay, zack. Das baue ich jetzt zu, damit kein Mob irgendwie schießen kann. Alter, das ist so hardcore. Oh mein Gott, wie viele sind das? Alter. Noch mehr. Nice. Noch mehr. Das sind... Wir haben jetzt zwölf Stück insgesamt. Nice. Ich sag, erst mal ein Entscheidung-Tilbe und dann die Erschwerter. Ja oder nein? Ähm... Ich würde so... Nein! Wie viel? Lol. Halbes Herz. Halbes Herz. Nein, wir... Wir haben... Wir haben... Wir müssen verkacken, sowas von. Brauchen doch Gold. Du hast auch nur noch ein halbes Herz, oder? Ein halbes habe ich. Ja, ein Skelett, wir sind tot. Ich sag, wir sterben, sowas von. Kacke, Mann. Wir brauchen so dringend Gold. Ja, ich sag, das Projekt ist sowas von schnell zu Ende. Ich will in der Folge noch nicht sterben. Ich auch nicht. Aber ich sag, es kommt gleich ein Skelett und killt uns. Du hast auch nur ein halbes Herz, ne? Ein halb habe ich. Achso, anderthalb. Ich muss halt nur irgendwo... ...zu stark runterfallen, dann bin ich auch direkt tot. Ich brauche mir noch eine Spitzöcke. Also, falls wir die Folge überleben... ...dann wir... ...och nie, Mann. Ich wäre da fast runtergefallen gerade, ich war mit 5 Modus, aber ich habe es gerade noch so geschafft, nicht runterzufallen. ...zubauen. Gut. Alter. Hier ist überall noch Eisen, aber ich... ...hier, weil ich... ...müsste mir mal eine Eisen-Spitzöcke machen. Tust du da mal Kohle? Achso, oder? Ja, ich gebe dir drei Eisen. Achso, okay. Ich glaube, ich habe gerade ein Skelett gehört. Ein Gold brauchen wir. Sollen wir jetzt versuchen, durch... ...strip-Mining zu bekommen? Ja, ich... Ja, okay. Ich baue mich hier mal rein jetzt. Ich habe Angst, dass wieder hier jetzt irgendwo... ...ne Hexe kommt oder so. Ich baue mich hier, ne? Ja. Okay, sind gerade Leute noch dazugekommen. Alter, ich will einfach nicht sterben. Ich auch nicht. Ja, bei mir ist gerade Laber. Ich baue mich einfach zu, falls ein Skelett kommt. Ja, ich auch. Ich baue mal ein paar Fackeln. Aber ich war ja so weit weg vom Creeper. Das ist einfach so komisch. Scheiß, Mann. Ja, die machen bei schwer schon ganz schön Schaden. Ja. Oh, fuck. Ich will einfach nur ein Gold finden und dann der Apfel. Das ist noch ein Problem. Ja. Ich freue mich eigentlich zwei Goldäpfel. Lava. Ich finde Slime. Oh. Slime passt zu uns. Ja. Gott, ich finde bestimmt keinen. Aber richtig vorsichtig sein. Lol. Ich habe irgendwie ganz kurz in der Lava gebacken und dann habe ich ganz kurz gebrannt, aber das war halt einfach nur so ein Bug. Oh, hu. War da fast so knapp. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ich frage, wo der Slime ist. Was ist denn da eigentlich sein? Okay, habe ich noch Kohle? Alter, ich habe kein Holz für Fackeln. Scheißegal. Ich glaube, ich darf sie mehr. Na ja, ist Kohle, aber kein Holz. Bringt nichts. Okay, Spitzker kaputt. Und da so weiter? So, ich kann durch einen Bug nach oben gucken. Der müsste hier überall enttun. Also, falls wir die Folge überlegen, sage ich nochmal, könnt ihr fragen, keine Ahnung, Hashtag Basket Slam. Mit den Hashtag Basket Slam in die Kommentare schreiben. Oh. Fortschritte. Der hat sich gerade erst eine Spitzacke gemacht. Ich habe nochmal Eisen gefunden. Hör mal zu mir, wegen dem Slime, weil ich habe Angst, dass er jetzt wirklich von irgendwo kommt und dann ist es kühlt. Ja. Pass auf, aber hier ist Lava, ne? Ja. Haben wir denn noch Holz? Ich habe nur noch zwei Holz. Okay. Dann, ich komme zu dir. Ich kann mir halt nichts mehr machen. Ja. Das war halt unser Problem mit dem Holz. Wir haben uns am Anfang nicht so nimmst Holz geholt. Ja. Das ist glaube ich bei mir, ja. Versuch mal dann zu, äh, sozusagen, Base zu kommen. Ja. Fuck it. Äh, siehst du meinen Namen nicht? Äh, ne. Hier. Warte, hast du einen Spitzacke? Ich muss sie kurz weg. Ich komme mich aber irgendwie rausbauen. Da ist mein Slime. Ich sehe ihn. Oha, okay. Das ist, glaube ich, gefangen. Legt ihr am besten nicht mit dem an. Naja, mache ich es nicht. Er schreibt, er hat wieder ein Fertzenfaller und regt dich auf. Und wir. Ja. Gott, wir sind so am Arsch. Wir müssen so ein bisschen Camper-Taktik machen und einfach nur Gold farmen. Ja, ich könnte ihn hier von hier eigentlich ziemlich gut schlagen. Nein, nein. Nein. Max. Nein. Bitte noch verfolgt, Slime. Nein. Ich könnte ihn hier von hier eigentlich ziemlich gut schlagen. Nein, nein. Nein. Max. Loll. Und dann auch noch von einem Slime. Loll. Nein. Loll. Oh, nee. Und von einem Slime her schlagen. Hey, wir sind alles Team Basket-Slime. Ach. Loll. Wie komisch das einfach auch war. Guckt, ich habe meinen Bogen aus Versehen da reingeworfen. Ich wollte ihn wieder, dann gehe ich nicht zum Slime dahin. Aber ich war halt über dem, dann gehe ich dahin. Zack. Und der schlägt mich irgendwie von unten nach oben. Das war richtig blöd. So, ganz ehrlich, ich räche mich jetzt an dem. Mach das. Wo ist denn der? Also, ich bin da hochgegangen, dann könnte ich mir ein perfekter Schlagen. Scheiße. Ach man, dritte Folge tot. Na, wenigstens nicht erster wie Raphael. Ja. Ja, und Albin. Ja. Och man. Fuck, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich schaffe das nicht. Oh, und die Folge geht noch zwei Minuten. Wo ist der? Du Dreckskerl. Du musst dazu diese Lava. Ich habe da noch noch... Guck mal. Geh mal zu dem Ofen. Und dann geht halt dieser kleine Weg da hoch. Und dann musst du da links gucken. Da ist ja auch nur so ein Weg da. Warte, ich muss erst mal nach da. Ich habe halt keine Blöcke. Ich muss mich halt jetzt mit der Hand immer durch die Steinblöcke graben. Ach so, ja, aber das ist nur ein Block. Ne? Ja, den habe ich schon abgebaut. Ach so, dann geht es ja weiter, ne? Ey, ja, warte, ich muss mich kurz noch zum Ofen bauen. Ich glaube, ich sehe den Slam. Oder ich höre ihn auf jeden Fall. Ja, du musst halt den Lava rechts wo die... Bist du schon bei der großen Lava? Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Okay. Jetzt wird er sterben. Räum, ich habe deine Sachen. Gut. Aber du hast ja alle dir, ne? Ja. Okay, ich habe ihn... Ah, der verteilt sich ja jetzt so. Na, das würde ich, ich kann dir jetzt nicht zugucken oder so. Ja. So, ich brauche den Spitzhacke. Okay, ich töte die Katalle. So. Stirbt. So. Ich glaube, die sind alle tot. Ja, okay. Kacke, Mann. Oh, das nervt einfach sowas von. Ja, Mann. Ich werde jetzt, ähm... Okay, da liegt noch Fleisch, nehme ich mit. Was tust du jetzt? Ja, die Folge ist jetzt ja eh vorbei. Ähm. Ja. Ich schreibe. Folge vorbei. Okay, Leute. Das war die Folge. Oh, nee. Ja. Schau mal. Ja. Einer joint einfach noch dem Game. Schau mal, was ich noch machen kann. Mal schauen, ob wir noch irgendwie was reißen können. Ja. Also, beziehungsweise ich, ähm... Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin. Ciao.